So, yo Leute und wieder willkommen zurück zu... ...zu... zu Dech Dad mit dem Fail. Ja, Gott sei Dank ist Pete gleich seine Wege strahnt. Dein, bei Elektro. Halt, da ist unser Spieler! Nix! Aber da hat auch eine kleine Waffe. Ja, gut, dann... ...töt ihn, töt ihn! Ja, wir haben uns vorgenommen, wir töten wie viele Spieler. Ja, weil da... da kann man wirklich nicht sicher sein. Wir waren letztens auf dem... Ich bin... ich bin jetzt ziemlich sicher, dass es genau der war. Ja, ich glaub's auch. Wir hatten einen Spieler am... am Erf... Töt ihn! Töt ihn, wer da herkommt! Hat den Erks? Ne, der hat gar nicht... Töt ihn! Töt ihn! Töt ihn! Stopp! Du hast den Erks, du bist du! Ja, er ist tot! Er ist tot! Er ist tot! Zombie! Ich flog! Töt ihn! Töt ihn! Töt ihn! Okay, warte, jetzt lass mich erstmal hier... Puh... Nein, der lebt nur, der lebt nur! Dann hau noch mal auf deinen Kopf! Du Bluedes auch! Mach mal Bandage um dich um! Ach, ich bin das wohl, ich bin der, wo du Bluedes bist! Ja... Jetzt ist schon dort! Soll mal die Bandage von morgen auf! Nein, nimm du die Bandage, ich hab noch meine! Bandage, nimm die Bandage um dich um dich um! Ja, das... Flashlight braucht man eigentlich weniger! Ja, ich hab's dabei nicht! Ach, hier ist doch mein Arzt, entschuldig! Aber ich glaub, die Flashlight ist wesentlich effektiv! Total! Boah, ich hab' eine Granate gefunden! Ja, mal, ne? Eine M-67er-Frag-Renade! Hey! Ach, ne, ich hab' schon... Zu, ja, ja, also rennt hier gleich mal in den Spieler rein! Puff! So! Uh, und da schon so... Moment, ich muss nachladen! Meine Axt kurz! Das ist wichtig! Ja, das ist eigentlich die größte, sinnloste Scheiße, was gibt's denn, dass mir eine Axt nachladen muss! Ja, das ist ja wichtig! Also, immer eure Axt nachladen! Ja, auch in real life! Ja, okay, ich sag, da kommt! Bevor ihr Holzsack geht, immer eine Axt nachladen! Ja, richtig, da kommt's wichtig, ja! Können wir da rein? Ist da was? Äh, ich hätte so gelacht, hätte ich mir gleich wieder die Knochen verbraucht! Stirb! Stirb! Aua! Ich... Ich... Ich tu mir glaub' weh an den... An denne Glas... Teile! Juhu! Ich hab' mir grade weht, oh! Ja, der kann ich... Hatte ich auch wahrscheinlich geschlagen! Ne, das war... Glaub, das war das Glas da, wo ich durchrennen wollte! Ne, daran kannst du dich nicht verletzen! Das war der Zombie! Manche Zombies können auch durch Türen durchschlagen, also durch... Der hat ja drauf! Was sind die Inward-Zombies? Ja, voll der OP-Zombie! Gehen wir uns die Treppe? Ne, leider hochbringt ihn! Ne, wir schleichen uns hier an den Zombie frei und gehen ins Haus da jetzt! Oh, wir rennen einfach zum Zombie-Fan vorbei und töten ihn einfach dann! Juhu! Er rennt weg von uns, ich glaub' er hat uns! Ne, er rennt uns, ja! Ja, das ist auch nichts Gutes! Oh, wischen du! Hey, ich hab' dich drauf! Oh, der will den... gestorben! Ja, und gibt's ne Axt! Und er hat genau gar nichts! Äh, hast... Es gibt hier ein Elektro-Aus, so... Arzt-Aus! Naja, Elektro-Aus gibt's auch ein Krenkel-Aus! Yay! Äh, puh... Los, wo's ist, muss sie noch mal gucken! Jetzt fährt gefällt Schermo eindeutig besser! Ja, wohlwürdig! Ja, genau! Oh, Junge! Warum stirbt da nicht? Ja, so, aber ich muss dir fünfmal auf ihn draufhauen! Ja, da... Die Achse ist nicht gerade sehr genau! Müsstest du eigentlich wissen! Ist doch mir egal! Ich will bloß nach so stürmen! Ich schau nix! Achso, ja... Zoom tut man, wenn man rechte Maustaste getrückt hält! Ja, das weiß ja eigentlich jeder Vollidiot! Was? Hab's nicht gewusst! Ja, bevor ich... Ja, bevor ich Parlet Space angeschaut hab' Also... ...bevor ich mit der Sets geholt hab' Also... Ich wusste ja schon! Da war, glaub ich, wieder ein Schwede auf welchen Termin! Also... ...wem Sudogame kannst du da? Meiner! Oh! So, kann ich drauf zugreifen! Meine Wache! Hab' ich die jetzt? Haha, mach doch! Ich hab... Ich hätt' aber irgendwie gern auch den Rucksack hier! Ja, glaub mir auch! Versuch's doch! Ah, guck mal! He! He! Hey, Servo! Ja! Ja, ihr habt' mal nachgucken... Ja, ihr habt' auch... Ja, ihr habt' auch einen... Guck mal noch mal! و ск b... Ne, ge... ZU GEIL Also die Aufnahme gefällt mir Ich kann irgendwie unsere Ja ich war schon ein Hand Ist doch mir jetzt egal Ja glaube ich auch Du hast ja auch vor mir drauf zugegriffen Das ist natürlich Zu geil wir nehmen Wenn wir beide in den Rucksack haben Beide in den Rucksack zu geil Warte ich muss kurz meine Axt wieder hausholen Ich finde es auch so special Wie auch deine Axt Da muss ich doch immer rausholen Gell Ich frage mich Wo Wo Cher Wo Elektro ist Ach Elektro ist in die Richtung Die laufen gerade aus Elektro raus Ich will eigentlich nur in das Haus Ja ich weiß eigentlich auch was Wenn das Ach du wüsst denn das Ich will das ja Ja da kann ich noch verbrauchen Beide feiern nicht wieder die Beine Und steuern Hier ist ein Huntingknife Okay Ach du ja ich habe ein Huntingknife Ja ja der kleine Tider hier Ja wie lecker wie viel Oh ja Elektro was gibt es denn hier 39 Style WTF Was gibt es denn hier für Munitionslager Tja das war der Bunger Ja Als kommen hab Auf nach Elektro machst du dann Ja Wie ist denn Ich stehe jetzt Elektro oder ich stehe Elektro Nein nicht Elektro In die Richtung ist Elektro Die Innenstadt Ja ohne Ich hatte vorhin zwei Maps Vor der Aufnahme hier Was passiert Ich muss dich umbringen Weil er neu anfangen will Ich hatte zwei Maps Huntingknife auch für ihn Ich hatte noch mal die Entfernung Ja Ja das kommt ja aus Scheiße wenn der Hammer Ja lecker Hup Ja geh halt durch die Wand doch Stirb doch Mach auf Bauer Ich habe mich erwischt Ah da habe ich noch mit dem Weg Halt ich habe auch noch ein Makarov-Foll-Magazin für dich Hab sie verletzt Wo Wo Oh das wird einfach wieder weggepackt Hier Ne Makarov-Magazin Ach Wo bist du Ah nicht gut Ich bin hier hinten Du musst mich eigentlich sehen Also ich habe jetzt mal meine Makarov-Auspack Ja ich finde die Axt besser mit dem Makarov eigentlich Ja auch für Entfernung halt Du bist halt ein Entfernung und ich schiehe von hinten drauf Am Bestes Ja und schiehe ich mir dann vorne hinten raus Ich muss mich voll klar ja dann bist du dir und ruhig rein Er hat mich übrigens auch schon geglaubt Ja das war gar nicht unabsichtlich Ja ich war AFK Liege an Warnhof Irgendwann langweilig Schlägt ganz seitlich mit seiner Axt um sich Was passiert Ähm Das hier ist nicht Tscherno Tscherno liegt doch in der andere Richtung Da hinten liegt Tscherno Da da liegt Das ist schon in der Kurkdorf Aber hier ist mir und Elektro steht rechts von Ne äh Tscherno liegt links von Elektro Ja in die Richtung kommt dann Tscherno In die linke Richtung kommt Tscherno Ja warte ich bin jetzt da zu dem Haus Udo Wo du eigentlich auch gerade hinlaufen wolltest glaube ich Komm Ach hier liegt noch meine Maka auf Ne ich schon kam eine M1911er Was ist denn eine Schilfe? M1911 ist auch eine Pistole Add22 Ach so hast du jetzt schon wieder die voll OP Scheiße So schreibe ich nicht rein Hier sind Zwei Bandage Bisschen du Mal mitnehmen In nem Haus drin Ja was ist denn groß? Ah hier hat's auch so da Ach da bist du Bist du in so nem roten Haus? Ja weißt du wirklich Vorsicht Türschwelle Vorsicht Türschwelle Hallo Wie habst du alles vor? Na mal Muni Na gut dann geh mal Ja wirst du jetzt nach Tscherno rennen oder wirst du nach Elektro rein? Rennen nur nach Tscherno und Tscherno fällt mir böse Ja Ich führte aber trotzdem nach Elektro rein Der Smolvingstil ist auch Bist auch auf Ostkustet Nämlich in Tscherno gibt es halt ein wenig mehr Spieler Ja dann geh mal halt vier nach Dein Lass mich hier mal weg Sonst breche ich mir gleich wieder ein Bein und deine stahlharte Knochen Ja richtig Ja richtig Nein ich würde auch gar nicht ziehen Pfff Also unser Ziel ist Was ist unser Ziel? Uns gut auszurüsten Zum kleineren R4 zu gehen Uns noch besser auszurüsten Und dann zum größeren oder? Ja Ziel braucht man nicht rumlatschen Gegner töten Ach hier ist schon die Toolbox Oh Ups Fail Ja ich komme mit der Steuerung auch noch nicht ganz so klar Ja das kommt Übrigens Ich hab ne Meine Grafikkarte ist LGT440 Mit 1,5 Gigabyte Und das Spiel habe ich auf Normal Gigabyte Ja toll Hihihi Ja ich hab das Ich spiel das Spiel auf Einstone Normal Und das läuft auf 30 Frames Ich spiel auf Ich spiel auf hoch Aber ich nehme ja auch nicht auf Ich spiel auf hoch Aber ich nehme ja auch nicht auf Einige hin gemeint da so einer GT 440 hat er drinnen Und das Spiel auf sehr Sehr wenig oder halt Very low Mit 15 Frames in Sekunde Ja Mit 15 15 15 Barschen Ah doch Obwohl ich gehört das 2 Stimmt die Bude Die Grille war gerade mit Ich komme rein plötzlich Mach die Grille zu Mach die Grille zu Zeug die Grille So cool Zeug die Grille Brauch Ja sehr geil Wir sind in einer Feuerwache Die Grille Da habe ich ja letztens eine Pumbekunde Ja ich weiß Der hatte Schrot gefunden Aber zu geil Wie viele Künstler hatte ich 64 Zombie Künstler letztens Als ich meine Munition Verschossen habe Weil wir aufnehmen wollten 64 Zombie Künstler und 2 Mörder Ich hab noch ne Angst Ich hab noch ne Angst Ich hab dringend sowas Wie viel Wie viel Bandagen hast du denn Ich hab jetzt 4 glaub Ah ne 3 Na dann kriege ich Ah ne Das ist meine Ja so Ja so Ja so Kommst du? Naja bin schon unterwegs Naja bin schon unterwegs Aber ich habe wirklich das Gefühl Dass die Frauen wenig langsamer Schwedermann Ich glaube da vorne in das Wohlehaus waren auch rein Wohle Wohle Ich glaube da vorne in das Wohlehaus Sicherung Zombie Zombie ist das zwischen Zombie ist ein bisschen low Ja schon Wenn ich einen Schüsse höre schon sagst bitte Da war einmal Witzvolls Ich hab nur gedacht wenn ihr mich jetzt getroffen ist Spielst du eigentlich mit Vaterkult oder ohne? Ohne Ah toll Ja das ist server Das ist serverabhängig Das Ah das heißt also CH Wo geh schon hin? Hallo Andere Seite Die Seite wo wir reingegangen sind Achter Ja wir laufen jetzt in ziemlichem Feuerwache Das ist das Türmli da oder? Ja das Türmli mit den Häusern Headshot Ja Du schießt jetzt hier nicht Du gemeiner Ja da war jemand halt wieder ganz nett und hat da ganz viel Stacheldraht So Und da war doch ein Loch Ja Hallo Zombie Töt ihn Töt ihn Töt ihn Wie du halt Ledow Feuerofen drauf machst und nicht so zwei Schüsse Töt ihn Da hat Maka auch mal geblieben dabei Ehm gut das für dich Ja die M1911 sie gibt's Ah ich muss mit's Pinkern Ja das war echt zu ziehen Die geht ab wie Harry Die M1911 Genau sie die Wieder Revolver Oh, Cut! Oh, das war richtig! Pass auf, pass auf! Ah, wir haben gesehen! Töte ihn! Töte ihn doch, ich stoppe die Kopf! Töte ihn doch! Ich hab dir gefragt, ob du das packst! Ich hab nur noch zwei Schuss! Ups, ich wollte eigentlich dich gern drauf holen! Bam! Headshot! Hat er da irgendwas dabei? Ja, da hat er was dabei! Ah, da hat er der erste dabei! Ja, das ist gut! Du musst mir unbedingt eine Bluttransfusion geben! Oh, ich verharschen! Hä? Ich verharschen! 8,3 Meter halb! Ich hab nur... Nein, zwei! Ey, das ist voll dumm hier unten! Oh, hier ist ein Spieler drin! Achso, ja, fliegen, wenn man fliegen hört... Ah, scheiße! Dann weiß man immer, dass ein toter Spieler in der Nähe ist! Oder doch! Ich versuch's gerade! Und nein! So, einen Hau mal auch von hinten gekommen rein! Das hat er sich ganz schlau ausdacht! Oh, Zombie! Aber da wird's wahrscheinlich sowieso nix mehr drin sein! Ja, wahrscheinlich nicht! Ja, ne! Hier ist ein Stacheldrand überall, ich wahrscheinlich nicht! Aber wenn totes Spieler rumliegen, dann haben die vielleicht was dabei! Der Auto! Wo? Bei mir haut's gerade hier alles zusammen! Moment, er hat die Bandage drin! Nimm du den mal kurz aus, ich muss kurz Fenster zumachen! Oh ja, bei mir kommt auch langsam was! Dannst! Dannst! hat er auch nix dabei hat er auch nix dabei den hittet man nicht mehr heiltet man nicht mehr wie immer ja sehr schön geheiltet geheiltet Saksik aus dem Weg doch ich bin schon wieder da ja dann wusch und die reichen das war gar nix in der Hand das ist ausgelockt die nach der Heilige wie war denn nix in ja schon geschossen welchen Headshot mitgebe wollen ich bin hoch dran ich glaube auch hier geht auch Leiche der hat den Pumpe dabei ich bin und wählen die Berliner kurz und wenn ich schon umgekehrt werden aus der dritten was hat man es hat mir als der Berge in der Hohenbund umgekehrt und ich kann aufrufen immer eine blöde Pumpe wir schon was zum Trinken für die Pumpe Herr Kutternach nicht der Typ Jeter und als Tod angezeigt steht ab und Ja, dann war der Töter wohl schon weg, he? Oder er war der Töter und wir haben ihn jetzt umgebracht und er war nur AFK Obwohl, er hat keine Waffe dabei Hä, was geht denn hier für... Hey, der legt da auch noch eine Waffe rum Die M1911 Die M1911 war ja, das ist eine Piste Die brauchen wir nicht unbedingt, oder? Ja, ich hab die halt eigentlich recht gut, aber das Problem ist, dass wir da uns äh... Oh! Draußen liegt übrigens auch noch mal ein Töter Spiegel Mysteriös! Wo? Draußen halt, auf dem Balkon Los, darf ich mal bitte hier Ich, ich bin mal draußen Hä? Was der hell? Was der hell? Ich will auch Der Wix hat ne AEK dabei Ey, ne, ne AEK Was? Ja, und die kannst du nicht aufnehmen Der hat ne AEK... Ah, ne AK470 Was ist das? Du kannst das nicht aufnehmen Hast du? Eti, Tuba Okay, ich hätte die jetzt kurz zum Tuba, wenn's gehen würde So, zum Tuba geendet Ah, ne, er hat doch ne AK470 Cobra Jawohl Aber keine Munition dafür Hm, das ist blöd Ah, ich hab schlechte Verbindungen, Rot Ja, ich auch Da oben liegt nochmal ne Leiche Aber der hat unglaublich genau so wenig dabei wie die andere Gier Gar nix dabei Und der hat so ne Spaß So, und wo hat denn denn die AK4 her und hatten wir dafür nix anderes dabei? Ja, genau Wie ist das eine Munitionlehrgange? Und dann kann man sich Ja, stimmt ja nicht Aber warum hat er nix? Wo bist du denn da oben? Klar, klar Da war nochmal ne Leiche Achso Nö Und hat er was dabei? Der hat mal bei der Asche Hat er da dabei Ah, dann war der entweder schon ausgeblundet oder der hat für dich alles gebraucht und ich stand verrückt Ja, entweder dich kapiert Ähm, darf fallen Ähm, kommst du da runter? Bist du? Ah, hier Ja, ich geh lieber runter Ja 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 Schlimmesmitte Ah Ja, jetzt hab ich Wo hast du mir hergestellt, oder? Nein, laufst du ja schon runter, nicht dass du wie du die Beine brichst Ist das hier irgendwo ist? Sag mal Da war's doch fast Kleinpleiter Down Das ist ein Deadview bitte vor Ja, das ist noch ein bisschen buggy hier im Spiel Ist das hier eigentlich von Knorke Paukplatz oder was für das darstelle? Achso Da ist Paukplatz hier Wo bist du? Oh, hier unten Zombie? Ja One-Hit Ja, ich würd's sagen Auf zum Ja Ja Dann Dann Ja, da finden wir auch teilweise gute Sachen Ich würd's sagen, du musst vor, du hast noch ne Axt Ach, du hast gar keine Axt mehr Doch, hab ich schon, aber halt im Toolbau Ja Alter, was war das da, was war da für ein Töter für ein Sacker? Ja, wohne Scheiße Ich glaub ne, dass das einer, dass einer alleine einen getötet hat Hast du's überlebt? Ja, natürlich Ja, mit solchen Häuser sollten wir jetzt eigentlich aufpassen Ja, nicht mehr gemeinsam rein- und rauslaufen Boah, bei mir fängt's dann richtig an zu scheißen Genau Mir hat zu Anfang Ja, bei mir... Ja, ich muss aufpassen Wenn man mir einen Blitz einschleckt, kann plötzlich doch ein Blödausgang Ja, ich glaub weniger, da mal einen Blitz einschleckt Ich mich schon mal besitzt Schon zwei Mal sogar Mir schon zwei Mal, der Blödausgang Bisschen du Ach, ja Da? Ich bin ja in deinem Näh Ich bleib ganz in deinem Näh, Baby Ich hab Hunger Ich hab ja von nichts Gessen Ja, dann geh mal den Koch rein Ah, das ist das... Was? Das ist das Leben eines Gessen Ja, richtig Und an einem Tag nichts essen, sondern eine ganze Töpfung Oh ja, jetzt singen meine Frames in die große Städte Ja, das ist aber ganz normal Ja, hier ist schnell irgendwas Ich glaub, Markauf-Magazin dürften es sein Ja Ne, nicht mal Doch, für einmal Ah, gut, Muniz noch für mich Ich hab ne Wort Und M1911 Und Oh, Kompass Ah, cool Das ist immer gut Ach so, ja, mit Doppel Ähm, mit Doppel Klick Doppelklick Hm, was war das? K, glaub ich Ne, Kompass Doppel O, glaub ich Rufst du die Uhr auf, mach mal Ja Ja, ne, kommt die Uhr Ja, ne, ist mir jetzt auch sehr wichtig Ich will nämlich immer wissen, wie spät es ist Ja Alter! Kack doch der Hund drauf Wo bist du? Ich bin noch mal in der Kurke Ich versuche hier was aufzumachen Ja, ne, 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 ich steht drauf so Boah Ey, mich schießt immer wieder das Inventar Ah Ja, natürlich Ah, ich, ich hab Knochenbrocher Meine Knochenbrocher Meine Knochenbrocher Äh, bäh Toll Da der auch noch schön ist dabei Ah Wie denn? Ähm, warum brauchst du das? Weil ich meine Knochen gebrochen habe Nein Verarschen Nein, oder? Du Oberpfeife Da kommt nur ein Zombie rein grad Du Oberpfeife Jetzt aufweine dann Na warte Dann bleib kurz Du verzieher Ich ruf mal ganz kurz die Karte auf Also Ja Internet Ähm Dann Google Schauen Also Nehm ich nicht auf Google Sonst wird halt ich rein Ja Gehtes Ja Setmap Hospital 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 Gehter Gehter Die mit was, glaube ich Ja So wir sind in Chera Elektro Elektro Ähm Elektro Ja Wir waren am Hafen Puh Guck doch nach dem Gaube Guck doch nach dem Gaube Guck doch nach dem Gaube Ich nicht eingezeichnet Zeichnet Ich suche mal eine andere Map Da gibt es schon auch Kuchen-Apps Also wo Kuchen eingezeichnet sind Kränkenhaus Fels für die CD Davis Ich hatte mir halt wo ich alles eingezeichnet war Hab's aber vergessen Was ist das Wenn ich Karte kann hier Nein Hier vielleicht Sorry das ein bisschen langweilig Karte ist Ja mit Gebrochener Knochen Das gehört alles dazu Das können wir leider ja wirklich und dass ich hier nach ner Karte schau ist auch sehr scheiße Karte ähm kaufen das ist ne Karte kaufen ach jetzt schau ich eigentlich scheiße gar nicht Ich weiß, dass die Hospital rechts ist, neben der Gleise. Du darfst nirgendwo nirgends sein. Ja, er soll dann aufgeben und hoffen. Du musst mich verschüssen. Ja, du bleibst hier. Du sagst du gerade, du Schlau-Kopf. Entschuldigung. Also, auf. Es gibt Gas. Ja, bei mir resieft es gerade. Ja, ich bleib hier liegen. Willst du hier bleiben? Na gut, dann bewacht die Tür. Okay, Kompass. Norden ist da. Ich muss nach... Ich und Zonga. Ne, ich tu mal die Axt raus. Das sind ja meine Axt nicht mehr. Ja, schöne... schöne Frame-Einbrüche. Ja, ich hab stabile 2, das weiß ich. Aha. Ja. Sag mal, warum gesießt dich immer wieder das Ende? Das war bei mir. So. Los, gib Gas. Move vom Tuber. Ja, ich packe meine Axt gerade wieder aus. So. Okay. Ich bin der Axt-Mörder. Ich bin der Axt-Mörder. Und ich leg mich hier hin und... Oh. Lutsche alles um, was kommt. Ich bin an der Schule. Ich bin am Hospital. Jetzt schon. Wenn mal nur um die Augen gehen. Wenn ich muss... Ich muss... Also Rück... Rück-... Wir haben drei Augen gestand zum Beispiel bei der HB-Graf ausgerufen. Ich verpiss mich. Wir können gleich zusammen zum Hospital gehen. Ich habe jetzt nur Morphin geholt und bin wieder abgeholt. Ich habe jetzt nur Morphin geholt und bin wieder abgeholt. Ich habe jetzt nur Morphin geholt und bin wieder abgeholt. Ja, da hätte ich eigentlich gar nicht nach einer Karte Pornas zu rufen wollen. Der Highlight-Tool ist eigentlich gar nicht so groß. Nicht schießen. BAM! So, BAM! Äh, wie es aussieht. Das sieht so lustig. So. Ach, jawohl. Zombie! Was ist denn deine AK wieder mitnehmen? Ich habe meine AK dabei. Halt nur einen Rucksack. Hade! Ich kann dir zeigen, wo du... Warte, ich zeige dir den überwürdigsten Weg, wie wir zum Krankenhaus kommen. Es ist so schwierig, das glaubst du gar nicht. So verhorrend. Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Oh, guck mal. Ja wirklich. Das Krankenhaus war nur um die Ecke. Das sieht ja schön aus. Ja, ich musste leider die Scheiße schreiten. Ja, Kassi. Gibt schon mal eine Bluttrendfusion. Ja, okay. Sofort und auf der Stelle, sobald ich... Genau. Meine AK wiedergeln. Die Kiste hier ist ziemlich cool. Hier ist eigentlich alles, was man braucht. Ja, genau. Bandagen nehme ich auch nur was mit. Ja, da schau ich... Da ist wirklich alles drin. Das ist ja Penkulos, boy. Nicht dringend. So. Hier. Blutback. Ab da rein. Huch, ich hab ganz viel Morphin bezüglich. Morphin hab ich drei Stück. Closeback. Penkulos hab ich zwei. Bloodbacks nehm ich nochmal einen mit. Einmal einen Morphin für hier. Okay. Hier ist die Kiste. Ja, dann bleib mal stehen. Bleib einfach da stehen, wo du momentan stehst. Äh, die Heatpacks, wo hab ich die? Ach, die hab ich rausgenommen. Was hast du gemacht? Ja. Kommst du dran? Jawoll. Jetzt... Kann ich mir dann auch eine geben? So, ich sag' ich wenigstens alles überfarbig. Moment. Ja, Bluttransition, hier sind so viele Blutbloodbacks, dann können wir ruhig umziehen. Ja, ne, ich muss ich aber dann erstmal meine Bloodbacks rausschmeißen. Nee, das rausschmeißen, ich meine aus dem Rucksack. Im Inventar. Kann nicht sein, dass ich keinen Schuss gehört hab. Also, ich hab keinen gehört. So, jetzt ist alles unter and Farbe und wunderbar. Hast du dich ausgerüstet? 12.000. Ja, ich bin gerade bei. Ich tue nochmal einen Bloodback mitnehmen. Ja, ich nehm auch noch einen mit. Noch mal... Noch mal ein... Nee... Oder was ist denn noch wichtig? Ich nehm nochmal einen Bloodback mitnehmen. Man braucht einfach so viele Bloodbacks. Als nächstes brauchen wir eigentlich nur noch Essen und Trinken. Als nächstes brauchen wir eigentlich nur noch Essen und Trinken, das war's. Ich würde sagen, als nächstes gehen wir mal zum Supermarkt. Supermarkt! Bissen du! Ach, dann. Komm mit. Ich weiß, wo du bist. Ich folge dir und guck deinen knackigen Arsch an. Nee, ich... Oh! Ich war... Ich bin tot. Ja, ich hab's gehört. Von wo bin ich besprochen worden zu Hölle? Ja, in einem Krankenhaus. Ich schätze mal, der sitzt da noch, oder? Ich schätze, ich verpiss mich mal. Das bringt jetzt sowieso nix. Wenn ich tot bin, ich ende. Versuch mal, zu töten. Ja, in meinem Schuss, was muss ich gerade machen. Ich lauf' außen rum. Boah, mein Herz bracht wie noch mal was. Wow, verdammt, ich werd beschossen. Ja, halt so. Da war der! Irgendwo hinten. Das waren zwei! Ich bin tot. Also, das war sehr spannend für den Anfang. Ja, müssen nicht weiterkommen. Ja, das ist okay. Wie dann hat er seinen Klob? Ich weiß nicht, guck ich gleich nach. Also gut, bis zum nächsten Mal dann. So, ciao. Zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.